Ein Flushiges Hallöschen Leute, ich bin's, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe. So Leute, ich hab mal spontan überlegt, dass ich mal ein paar Röntgen offline zocken werde und wie ihr schon seht, habe ich jemanden zu Gast. Und zwar habe ich meine Cousine Veronika und ja, wir wollen da mal ein paar Röntgen offline spielen und so, also nicht online, weil wenn wir jetzt online spielen, dann, ja, du spielst ja schon das Spiel vor kurzem und so und darum, ja. Wollen wir mal ein paar Runden offline spielen, also einen Cup würde ich mal sagen und, ach, nee, scheiße, wir wollen ja zu zweit, ne? Natürlich. So, okay, dann, ja, haben wir schon mal einen gestellt, so. Dann, ja, wollen wir alle beide mal den Yoshi nehmen, ne? Warte, ey, der kann so sein, ne? Oder? Oder nicht. Willst du eine andere Farbe nehmen? Dann kannst du ja auf B. Aber warte, wie macht man das jetzt? Äh, ja, drück mal da. Geht das gar nicht. Oh, warte, ich bin, ich bin. Ah ja, muss ja auswählen. Drück mal A oder so. So, okay, ähm, ja, ich muss auch auf A drücken, natürlich. So, ähm, ja, wir haben was neues File geschaltet. Ähm. Lol. Geil. Das sieht komisch. Nee, also, ich nehme mir am besten den Blue Falcon, also, dumm. Ja, der ist nicht schlecht. Ja, such dir was aus, was du nehmen willst. So. Ich hoffe mal, dass es euch natürlich gefällt, so, weil das ist schon, ähm, also, ich habe es eigentlich noch nie gemacht, dass ich mit jemandem hier zusammen zocke und, ja, schon was anderes. Okay, ich muss mal überlegen, ich nehme mal die Slicks oder, nee, eher die kleinen Reifen. Das sind gut. So, dann, ja, muss ich mich mal entscheiden. Ja, 200 CC, äh, nee, 150 CCM, ohne Teams, Standards, kommen, ja, ich würde mal sagen, ja, normal. So. Okay, ähm, ja, dann lassen wir das alles mal so. Gut, nee, nicht, keine 48 Strecken, das ist schon zu viel. Nein, 2, 3, oder so. Ja, ich würde mal sagen, so, 4 Rennen könnten wir mal zusammen machen. So. Okay. Dann fangen wir mal mit Mario Kart Stadium an. So, alles klar. Bist du bereit? Ja. Weißt du, wie, wie das nochmal geht, so, mit der Steuer und so? Ja, ja, ja. Gut. Ja, ich hoffe mal, dass die Kamera gut ist oder so, ich weiß nicht, ob das so passt, aber ja. Ja, ich denke mal, geht schon so, ne? Auch wieder die Strecke. Ja, komm. Ach, nee, das war jetzt, bei war es Goldmine, oder? Ähm, ja, wir haben uns ein paar Ründchen warm gefahren, also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie jetzt fährt, äh, das Spiel. Und, ja, wird sich jetzt nicht so doof angestellt, muss ich sagen, also fährt schon gut. Wir spielen jetzt mit allen, ne? So. Ja, wir spielen jetzt mal auch mit Gegner, also vorhin hatten wir, hatte ich mit Veronika, ähm, alleine gespielt, ohne, mit den Gegnern, so. Also mit den Bots. So. Okay, du bist, du bist Dritter. Was ist das? Ich denke mal, dass du die Antenne am besten nutzen sollst, also, ja. Aber, ist eigentlich egal. Oh, nee, bitte. Ja, ich glaube an dich, du schaffst das schon. Ja, okay, du, aber ich kann das gar nicht. Ja, du spielst es ja vor kurzem, also, es ist jetzt klar, dass man jetzt nicht so gut ist, also, Übung macht den Meister, sag ich mal. So. Aber so schlecht bist du ja nicht, also. Ach, scheiße. Ja, ähm, wir spielen ja mit den, äh, Joy-Cons, also. Keiner spielt halt. Ja. Ja, aber ich sag mal so, man kann damit fahren, so. Es geht. Ist jetzt nicht so problematisch, finde ich. Oh, shit, ich sehe, dass der Roy, äh, ne Blue Shirt hat. Ja, ist klar, ich hab's voll gesehen. Ja. Alles klar. Geil! Ja, jetzt falle ich noch runter, geil. Du bist Erster, ja, zwei. Ja, ich bin Erster, natürlich, man kennt ihn. Komm, streng dich an, ich glaub er nicht, komm. Aber ich fahr auf den Weg schnell, das ist schon der Erste. Du bist noch nichts. Oh, jetzt, nicht, nicht, nicht. Ja, ich guck grad ein bisschen mehr auf, äh, bei dir, muss ich sagen. Also, ich bin jetzt ein bisschen so unkonzentriert, gell? Ach, du Scheiße. Wie kann man noch, kann man noch, ah, okay. Und jetzt, du? Ach, Mann. Wie geil noch, Mann. So. Oh, nee, ich bin siebter Platz. Nee. Naja, das ist... Es ist so schlecht. Es gibt manchmal Rennen. Das ist halt, das ist halt so beschissen, in dem Sinne. So. Okay, immer die Doppelgeschenke nehmen, so. Zack. Ja, eine Münze braucht die jetzt gar nicht. So, okay, ich bin Erster. Und du? Komm, gib Gas, gib Gas. Komm, willst du noch Dritter oder... Ja, wenn das Item natürlich gut mit Bind spielt. Ja, komm, drück, drück. Komm. Ah, das sieht so schlecht aus. Ja, ich habe nicht. Schade. Aber das ist der Letzte oder was? Bitte? Nee, wir haben noch, wir haben noch drei Rennen, also... Nein, ich meine, der Letzte ist der Letzte. Ja, das war die letzte Runde gewesen von dem Rennen. Gut. Gut, dann würde ich mal sagen, auf ein neues, also Rennen, neues Glück würde ich sagen. Gut. Okay. Mhm. So, was nehmen wir denn mal schönes... Von wem? Scheiße. Von mir bestimmt, ja. Ja, die Rote. Mhm. Scheiße. Ja, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht... Ja, komm, der Letzte Spiel, glaube ich, weil es anders nicht geht. Naja, also ich hoffe mal, dass die noch durchhält, die Batterie. Bei dir. Also der Akku, meinte ich. Ah, ich krieg ne Rote natürlich ab. Und du bist auf den ersten Platz wieder, ne? Ja. Das ist klar. Ich spiele das schon oft, also... Bei dir, bei dir ist es klar. Naja, Übung macht der Meister, kann mich nur erprägen, ey. Ach, eh. Ich denke mal, dass du die Antenne brauchst. Also so als Anfänger. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt, so. Aber Hauptsache bist du nicht Letzte, oder so. Ah, jetzt krieg ich noch die Blaue. Geil. Ich hab die vermisst. Nein, jetzt krieg ich noch ne Rote, Alter. Das ist genau... So hasse ich diese Strecke, also das ist... Darum hast du ihn auch viel, die Strecke, ey. Weil du kriegst alles ab. Du kriegst alles von dem Item ab, fast, ey. Ist echt nervig. Ein langsamer hier. Scheiße, Mann, ey. Oh. Oh. Es gibt mir was geschafft. Nein, ne Münze. Welchen Platz bin ich? Ich mein erster. Sechster Platz. Ne, ich will jetzt hier ein bisschen nicht beeilen. Okay. Das ist zu lang. Ja, das ist 150 CCM. Das ist keine Ahnung, das ist CCM oder so. Das ist ne Bombe hier. Ne, das ist ne Rakete. Egal. Ah, scheiße, ich hab die losgelassen. Ich ne Fotze. Scheiße. Zweiter Platz. Ach du scheiße, ich dachte, du überholst mich, Alter. Komm, du bist Zweiter, ja geil. Oh, ja. Ey, du bist Zweiter, ey. Okay, das ist nicht mehr dran. Glückwunsch, sag ich, ey. Ist gut. Zweiter Platz. Auch, äh, auch als Anfänger, ey. Ja, du steigst dich ja noch. Ja, gut. Ich versiebt das. Ja, ist doch gut. Besser geht's doch nicht eigentlich. Ist doch in Ordnung, wie die fährt, also. Gut. So, was nehmen wir denn? Ja, ich denke mal, wir machen das Piste. Ist auch keine schlechte Strecke. So. Okay, ähm. Ja, ich denke mal, es ist gerade 23 Uhr nachts und, ja. Ja, es ist schon spät, ähm, ja, während wir gerade aufnehmen und, ja. Gut. Aber es ist fein, ne? Nicht, dass ich so Schule bauen muss oder so. Naja, ist ja Wochenende, also. Wochenende, also. Alles gut. So. Okay, jetzt bin ich... Oh, es wird... Okay, drittes Rennen. Drei, zwei, eins, los! Ja, du fängst immer so, ey, weil... Ja, du musst dann gedrückt halten, also bei... Zwischen zwei, oder? Ja, ich weiß, ich weiß. Also, Gas. Okay, das kann ich nicht so wie du, meine. Ja, so am Anfang hat man das nicht so aus. Ah, jetzt... Ah, scheiße, ich krieg die rote. Oder? Nee, doch nicht. Die ist ja irgendwie... Boah, du bist wieder so frei. So. Nein, nein, nein. Ich bin da schon rein. Nein, nein, nein. Ah, du bist so weiter, ey. Das ist doch gut. Auf dich. Also, Alter, du hast schon echt meinen Respekt, muss ich sagen. Krass. Ah, Tinte. Das ist schon nervig, aber... Aber wenn du die... Ja, ist schon echt assi. Ja. Kann ich mir schon denken. Ah. Okay, die Pflanze, die ist gut. Und hilft mir. Ah, nee, nee, nee. Kannst du vergessen. Scheiß rote. Das kann ich hier alle... Bananen, ey. Das ist doch ein bisschen. Oder wie ist da ist in diesem Spiel? Bitte? Oh. Ja, komm, du... Das ist ja gut. Vielleicht kannst du mich noch aufholen, ey. Shit, ey. Hoffen wir nicht, ey. Nein, die Omaschen. Geh mal, geh mal, geh mal. Das ist keine Omaschen. Egal, was es ist. Nein, da ist jemand. Das ist Piech. Mhm. Aber ich glaub... Oh, scheiße. Wenn ich jetzt so missbaue, ey. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt so schief läuft, verdammt. Aber bis jetzt bin ich ja noch schöner Erster. Wie man ihn kennt. Boah. Ah, komm. Gib Gas, gib Gas. Ja, da kommt was um dir. Ah, nee. Naja. Ja, tut mir leid. Ich wollte irgendwie gucken, dass ich dich vorlasse, aber... Ja. Boah, egal. Ich wollte mal so nett sagen eigentlich. Ich sollte dritter sein. Der Kleine hat mich überholt. Aber egal. Wieder vierter. Du bist runtergerutscht. Ja. Nein, der hat mich geschubst. Obwohl, ja, ist egal eigentlich. Vierter? Ja, fünfter, hast du gesehen. Gut. Dann machen wir noch das letzte Rennen. Also, macht auf jeden Fall Spaß, ne? So, oder? Nein, das geht nicht. Ah, das geht nicht. Es geht gleich aus, aber ich hoffe mal, dass es nach dem Rennen noch aushält. Lauf ich mal. Okay, jetzt mal... Also, wir haben noch ein Rennen, ne? Ja, noch ein Rennen. Komm, das schaffen wir noch locker. Bevor, ne, die Strecke ist scheiße. Warte. Was nehmen wir denn ein schönes... So, als letztes Rennen können wir ja eine sehr gute Strecke nehmen. Was nehmen wir denn? Eine sehr einfache Strecke. Maros Piste würde ich mal nehmen. Oder, ne, Toadshafenjott. Komm. Die ist geil. Was hast du denn... Egal, jetzt will ich... So, jetzt wollen wir nochmal alles geben, ne? Würde ich mal sagen. Gut. So. Auf die Plätze. Oh, okay. Zack. Letztes Rennen. Okay, yes. Und los. Ja, jetzt muss ich alles... Also, du drückst gar nicht so... Also, beim... Ich... Ich drücke. Ich fahr da. Ja, du musst dann halt sagen... Ja. Wie du meinst. Eine Münze. Geil. Braucht auch keine Sau auf den ersten. Ey, wo soll ich jetzt nicht fahren? Meine Münze. Äh, ich krieg eine rote. Danke. Ich hab die getroffen, ne? War das von dir, die rote? Ja. Nein. Nee? Ich hab da eine Brüche. Oh. Okay. Für mich ja nicht. Ich bin hier 5. Platz. Mhm. Ja, gib dir... Gib dir Mühe. Ja, jetzt glaub ich den... Äh, die Münze, ey. Zweiter, zweiter. Diese Münze, ey. Glaub mir, die Münzen... Du fährst da. Du fährst da. Ja, komm. Jetzt hast du... Jetzt hast du... Jetzt hast du mich. Jetzt machst du mich fertig, ey. Ja, mit den 3 roten machst du mich sowieso fertig. Was machst du denn da? Ja, ich hab keine... Du bist durchgereicht. Du bist durchgereicht, ey. Heftig. Heftig, ey. Das ist heftig. Das tut mir ja leid für dich. Nein. Das tut mir ja wirklich leid. Was mach ich denn da? Ja. Ja. Komm, 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 komm. Ah. Das war eine grüne gewesen, oder was? ETF. Wer ist der Plan... Oh, Mann. Fünfter. Egal, was ich hier mache, aber ich... Ja, komm. Jetzt. Bitte schön. Ich komm. Es kommt fast zu dir. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Das Schönes kommt zu mir. Mhm. Ne, stachelige... Ah, so eine Scheiße. Oh. Er drückt die ganze Zeit. Du musst die ganze Zeit gedrückt. Muss ich nicht? Doch, musst du. Mhm. Ja, jetzt ist das schon abgelaufen. Oh, was mach ich denn da? WTF? Alter, was war das denn? Oh, wieso? Heftig. Lol. Musst dich mal anstrengen, ey. Ah, komm. Am Anfang war ich auch so. Glaub mir. Ja, hundertfünf. Am Anfang ist es nicht einfach. Ich bin hier... Oh, nee. Das geht hier nicht. Okay. Ich bin durch. Klar, du. Gut. Ja, ich glaub... Oh, Mann. Das sieht schlecht aus. Vielleicht werde ich noch ein bisschen hier kommen. Ah, ja. Ja, komm, du musst die ganze kommen. Gibt Power, gibt Power, komm. Ich schaffe es jetzt nicht so. Ah, scheiße. Ja, vielleicht kannst du noch jemanden überholen. Komm, schnell, 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 schnell. Komm. Ah, ist nur zwei überholen. Okay. Okay, egal. Ach, schade. Ach, zerplatzt. Das war... Jetzt kommt... Ja, fünfter. Schlimmster, aber... Fünfter dann, egal. Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Besser als letzter. Ja. Ne? Gut. Ja, dann wollen wir mal die Ergebnisse anzeigen. Okay. So. Gut. Ich hab den goldenen Pokal. Geil. Ja, du. Und... Aha. Du hast 950 Münzen gesammelt. Ein neues Fahrzeugteil ist nun verfügbar. Aha. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, dass ich den Part jetzt auf der Stelle jetzt beenden werde. Ich hoffe mal, dass euch ja das Format gefallen hat. Oder ja, dass ich mal mit meiner Cousine mal gespielt habe. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt mal bei euch. Und ja. Ciao. Ciao.